Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Testbericht für www.bluetooth-lautsprecher-infos.de Heute schaue ich mir den Nachfolger des Wonderboom an, den hatte ich ja getestet in einem Video und einem Artikel wie immer und da gibt es ein Nachfolgemodell, den Wonderboom 2, den werde ich mir heute anschauen. Den seht ihr hier vorne, diese großen Tasten, die Symbole, Plus und Minus, die sind gleich, der sieht auch recht ähnlich aus und ich werde auch ein bisschen die Unterschiede in diesem Video herausarbeiten. Was ihr hier vorne direkt sehen, es gibt einen Outdoor-Boost-Modus, einen Outdoor-Modus und einen Mode Plain Air. Es ist ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher. Auf der Seite hier ein Werbefoto und da wird der Sound gelobt, das ist natürlich klar. Auf der Rückseite sehen wir dann hier den Lautsprecher mit einigen Infos. Es gibt hier so einen Outdoor-Boost-Knopf eben. Das heißt, draußen wird quasi die Musik verändert. Das ist ein Equalizer, wenn man das so will, ein interner. Und es gibt eben einen Normal-Modus. Dann können wir zwei Lautsprecher verbinden, also zwei von diesen Wonderboom 2. Dann 13 Stunden Laufzeit. Der erste hatte, glaube ich, nur 10. Außerdem ist der Lautsprecher IPX67 geschützt. Die alte Version war auch IPX7 geschützt, soweit ich mich da erinnere. 30 Meter Laufzeit. Sturzfest. 1,5 Meter steht hier. Gibt es auch noch. Und es ist ein 360-Grad-Lautsprecher. Der hat dann wieder so einen eigenen typischen Sound. Das werden wir sehen. Ich drehe das Ganze nochmal, denn hier gibt es noch eine Info. Also der schwimmt auch. Wasserdicht ist er und er schwimmt. Das heißt, wir können den in den Pool werfen und dann schwimmt er eben. Ja, ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage, aber das geht eben wohl. Das war es jetzt hier erstmal von der Verpackung und jetzt schauen wir uns mal an, was hier alles im Lieferumfang enthalten ist. Ich habe jetzt die Verpackung bzw. die Umwandlung entfernt, öffne das Ganze und hier vorne, da seht ihr direkt den Lautsprecher und hier gibt es auch Infos. Das heißt, hier steht zum Beispiel direkt, wie springt man vor, wie pausiert man die Musik, wie erhöht man die Lautstärke, wie geht der Outdoor-Modus. Das steht hier alles, allerdings so halb Englisch, halb Deutsch, Französisch und so weiter gemischt. Also zwischen den Zeilen lesen muss man hier. Und hier ist der Lautsprecher. Den nehme ich mal direkt heraus, stelle ihn hier hin und nehme jetzt auch mal noch den Rest hier heraus, was wir hier an weiteren Infos haben. Von der Verpackung, vom Inhalt her war es das jetzt. So, also der Lautsprecher ist hier, eine kleine Anleitung gibt es wie immer. Dann gibt es hier noch eine kleine Karte und zwar steht hier drauf, möchtest du viel Spaß, also wie wird das Double Tap verwendet, wie kann man die beiden miteinander verbinden, wenn man zwei dieser Lautsprecher hat. Hier in diesem kleinen Karton ist vermutlich das Ladekabel wie immer. Das hole ich direkt mal heraus. So sieht es auch aus, da ist das Ladekabel drin hier. Wir haben hier auch wieder Micro-USB, also kein USB-C, sondern ein Micro-USB-Kabel. Und das ist ein flaches Kabel in dem Fall. Ja, das war es von diesem Zubehör. Das hier ist der Lautsprecher, der ist relativ leicht. Wir haben hier schöne große Tasten vorne, Plus und Minus. Es sind hier auf den Unterseiten noch solche Schutzfolien. Die ziehe ich gerade mal ab und lege die beiseite. Oben ist das Ganze auch der Fall. Da sehen wir übrigens auch noch, das lasse ich gerade nochmal drauf. Das möchte ich noch kurz zeigen. Also hier steht oben nochmal drauf, was die Tasten bedeuten. An, Aus, Bluetooth-Taste, Play, Pause und Vor. Das ist hier auch nochmal drauf, denn die Tasten selbst hier oben sind nicht beschriftet. Sondern wir sehen hier nur so ein Minus mit einer LED-Inpunkt und in der Mitte noch so ein Kreis. Das heißt, selbst beschriftet sind die nicht. Das muss man sich eben dann merken. Der Lautsprecher sieht schick aus. Von der Verarbeitung her wirkt der für mich so von der Verarbeitungsqualität wie der Zweier. Also wirkt gut, muss ich sagen. Dann gibt es auch noch eine Tragesschlaufe. Die ist hier. Die haben sie Gott sei Dank nicht entfernt. Die war beim ersten auch vorhanden. Das ist für den einen oder anderen nämlich nützlich. Oder der will das auch. Somit könnt ihr das Ganze nämlich zum Beispiel irgendwo aufhängen. Zum Beispiel in einem Zelt oder am Rucksack oder ähnliches. Das ist auf jeden Fall praktisch. So eine Befestigungsmöglichkeit immer. Und auf der Rückseite hier seht ihr die Verschlussklappe für den Ladeport. Das öffne ich auch mal direkt. Da sehen wir hier den Micro-USB-Anschluss. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen hier, weil es ein bisschen eingelassen ist. Es gibt hier keinen 3,5 mm Klingeanschluss. Falls jemand das sucht, den gibt es hier nicht. Ja, das war der Lautsprecher. Der ist so schwarz. Das ist die schwarze Version. Hier gibt es auch noch in verschiedenen anderen Farben. Es ist hier so schwarz-grau. Wie das aussieht, seht ihr ja. Und es ist einfach ein runder, fast ein Zylinder. Einfach rund hier mit den Tasten. Das habe ich jetzt bereits alles gezeigt. Also das ist relativ übersichtlich, muss ich sagen. Ein simpler Lautsprecher. Der ist auch leicht. Der wird noch gewogen. Dann werde ich euch noch das Gewicht sagen. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier alles im Detail anschauen. So wie ich das immer mache. Und dann werde ich euch noch einen Klangtest zeigen. Ich werde mir das Ganze aufladen. Ich werde mir die Steuerelemente anschauen. Eventuell, was es hier noch so zu wissen gibt. So wie ich das eben immer mache. Dies und mehr gibt es nun im Anschluss im Megatestbericht. Pairing und Aufladen Der Wonderboom 2 wird zunächst einmal mit einem Micro-USB-Kabel an den Strom angeschlossen. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden und während dieser Zeit blinkt die untere Taste, die mit dem Strich, blau. Ist der interne Akku dann vollgeladen, so erlischt die LED. Mit vollgeladenem Akku bei mittlerer Lautstärke hält der Akku etwa 12 bis 13 Stunden durch. Der Lautsprecher hat einen Stromsparmodus und wenn der Wonderboom vor 15 Minuten kein Signal empfängt, dann schaltet er sich automatisch ab. Um den Pairing-Modus nun zu aktivieren, schalten wir den Lautsprecher mit der Power-Taste ein und dann beginnt die kleine runde LED an der Bluetooth-Taste schnell zu blinken. Drücken wir die Bluetooth-Taste länger, so können wir zu jeder Zeit auch den Pairing-Modus manuell aktivieren. Wir öffnen jetzt die Bluetooth-Einstellung des Smartphones und wählen hier den Wonderboom 2 aus. Fertig, los geht's! Bedienelemente Der Wonderboom 2 hat auf der Vorderseite zwei große Tasten mit einem Plus- und einem Minus-Symbol. Das war auch beim Vorgänger schon so und mit diesen beiden Tasten wird die Lautstärke reguliert, das habt ihr es hier schon erraten. Auf der Oberseite gibt es drei weitere Tasten, auch der Vorgänger hatte hier bereits drei Tasten. Die Taste mit dem Strich ist die Power-Taste. Mit der mittleren Taste wird Musik pausiert oder fortgesetzt, wenn wir da einmal drauf tippen, drücken wir diese Taste jedoch zweimal schnell, so wird ein Lied vorgesprungen. Die bereits erwähnte Taste mit dem Punkt ist die Bluetooth-Taste eben, um Bluetooth manuell zu aktivieren bzw. den Pairing-Modus manuell zu aktivieren. Die Funktionalität der Tasten ist soweit also genau so vorhanden wie beim Vorgänger. Jetzt kommen wir aber zu etwas, das neu ist und sich Double-Tap nennt. Drücken und halten wir bei zwei Wonderbooms die mittlere Taste, dann verbinden sich beide Lautsprecher zu einem Stereo-Verbund. Überraschenderweise kann man den Wonderboom 2 laut Aussage auch mit dem Vorgängermodell verbinden. Das lobe ich mir doch mal. Was nicht geht, ist die Verbindung mit dem Boom, Megaboom, Blast oder dem Megablast. Der Wonderboom 2 hat am Fuß noch eine versteckte Taste mit einem Tannenbaum-Symbol. Drücken wir diese, so ist der Outdoor-Modus aktiv, welcher den Klang massiv verändert. Was es damit auf sich hat, werde ich jedoch noch im Kapitel zum Klang genau analysieren und da auch ein Beispiel reinschneiden. Es ist im Übrigen nicht möglich, mit dem Lautsprecher Telefongespräche zu steuern und er hat auch kein Mikrofon. Des Weiteren ist es jetzt aber möglich, den Akkustand zu prüfen, indem wir die Taste Plus und Minus gleichzeitig drücken. Dann ertönt je nach Akkustand ein Signalton. Der längere Ton besagt, dass der Akku voll ist. Der Ton mit zweimal Dubdub zeigt ca. halben Akkustand an und der letzte Ton ist abfallend und besagt, dass der Akku fast leer ist. All diese Töne kann man sich im Übrigen in der Dokumentation anhören. Das finde ich wirklich gut gemacht und im Artikel werde ich euch diese Dokumentation verlinken. Verarbeitung und Design Der Wunderboom 2 und der Wunderboom sind sich im Design immer noch sehr ähnlich. Den massivsten Unterschied, den ich sehe, ist lediglich das Design der Schlaufe, die neue Outdoor-Taste am Fuß und die Taste in der Mitte auf der Oberseite. Die hat sich eben im Design geändert. Das Gewicht des Wunderboom 2 liegt bei etwa 424 Gramm und somit ist er ca. 6 Gramm leichter als das Vorgängermodell. Der Durchmesser liegt bei um die 9 Zentimeter und die Höhe beträgt ca. 11 Zentimeter. Diese Maße hatte der Vorgänger auch. Der Fuß besteht aus rutschfestem Gummi und scheint auch zu entkoppeln, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Das Gehäuse scheint mir so gut wie, wenn nicht sogar gleich, gebaut zu sein wie beim Vorgängermodell. Ich habe mir dazu natürlich die alten Bilder angeschaut und das Ganze nebeneinander betrachtet. Wie auch der Vorgänger schon, so ist auch der Wunderboom 2 wasserdicht. Er trägt die Schutzklasse IP67 und kann somit theoretisch für 30 Minuten in bis zu 1 Meter tiefes Wasser getaucht werden. Der Wunderboom 2 schwimmt allerdings auf dem Wasser und geht nicht unter. Der Textilstoff beim Wunderboom 1 war noch einfarbig, jetzt scheint es zweifarbige Farbmischungen zu geben. Hier mal ein Vergleich der zwei schwarzen Modelle. Die Verarbeitung wirkt auf mich generell schick und solide. Verarbeitungstechnisch ist der Wunderboom 2 auf jeden Fall auf dem Niveau der Vorgängerversion. Klang Die Verarbeitungstechnisch ist der Wunderwegото und gesünderoot werden. In der Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Zuallererst sagt Ultimate Ears, dass der Wonderboom 2 im Vergleich zum Vorgängermodell viel mehr Bass hat. Schauen wir uns doch dazu einmal die Frequenzanalyse an. Die Frequenzanalyse meiner beiden Aufnahmen zeigt an, dass der Unterschied nicht extrem groß ist. Im sehr tiefen Bereich ist die Analyse des Vorgängermodells sogar leicht stärker, minimal. Hört euch am besten auch den Klangvergleich an, welchen ihr im Testartikel und in der Videobeschreibung findet. Die Treiber im Lautsprecher sind versetzt verbaut. Einer ist leicht rechts, neben dem Plus Minus und der andere eben hinten. Es ist wichtig, der Wonderboom 2 ist ein 360 Grad Lautsprecher, deswegen ist das auch so. Ich habe den Klang in der Position aufgenommen und bewertet, in welcher der Treiber auf mich zeigt. So finde ich den Klang nämlich am besten. Der oben bereits erwähnte Outdoor-Modus sorgt dafür, dass der Klang lauter wird und die Höhen stärker. Allerdings wird auch der Bass so schwächer und der Klang wird allgemein heller. Hier ein kurzes Beispiel, eine Sequenz und da blende ich jetzt mal mit Outdoor und ohne ein. Die maximale Lautstärke in ca. 2 Metern Abstand liegt bei um die 80 Dezibel. Auf 50% finde ich den Klang am besten. Ab 60-70% kommt der Bass bei bassstarken Genres nicht mehr entsprechend mit. Das ist bei der Größe aber normal, umso lauter man aufdreht, quasi da kommt der Bass dann eben nicht mehr dementsprechend der Lautstärke mit. Die Klangbewertung erfolgt im Normal-Modus, weil ich diesen am besten finde. Ich finde, dass die Höhen und Mitten klar und deutlich sind. Auch der Bass ist für diese kompakte Größe gut. Ein Lied wie Susan Mager's Gypsy klingt sehr gut. Die Gitarren und die Stimme sind klar und sauber. Auch die Bassdrum kommt sauber durch. Das gilt auch für ein Klavierstück klar und sauber. Bei Bulletformer Valentines Waking the Demon sind die E-Gitarren klar und deutlich und auch der Bass gefällt mir bei der Größe gut. Das gilt auch für einen Rap-Song wie Dr. Dre's The Next Episode. Klarer Klang mit angenehmem Bass. Auch die Bassspur von Better of Alone ist klar, kräftig, sauber und präziser. Der Wonderboom 2 ist ein 360-Grad-Lautsprecher und strahlt den Klang in alle Richtungen ab. Das gibt diesen Lautsprechern eben immer ein eigenes Klangbild, wenn man sie mit Gerichteten vergleichen würde. Wir können den Lautsprecher aber auch so hinstellen, dass einer der Treiber auf den Hörenden zeigt. So ergibt sich dann der bestmögliche Klang. Werfen wir nun einen Blick auf die Frequenzanalyse im normalen Modus. Der tiefe Bass erreicht mit minus 20 Dezibel für diese Größe ein gutes Level. Danach verläuft die Kurve sehr solide. Einzig allein im Bereich von 3000 bis 4000 Hertz gibt es einen Boost nach oben. Ab 16.000 Hertz fällt die Kurve dann ab, was bei so einem kleinen mobilen Speaker aber vollkommen in Ordnung ist. Der muss die Hi-Fi-Bereiche auch nicht abdecken. Für Hi-Fi sind dann andere Lautsprecher zuständig. Für diese Größe und zu einem Preis von um die 60 Euro gefällt mir der Lautsprecher wirklich sehr gut. Der Klang ist sauber und harmonisch. Den Wonderboom 2 packe ich auf jeden Fall in meine Empfehlungen für sehr kleine Lautsprecher, denn das Gesamtpaket gefällt mir zu diesem Preis sehr gut. Mein Fazit Extrem viel hat sich beim Design jetzt nicht getan, aber der Wonderboom 2 bietet ein paar neue Funktionen, Veränderungen im Klangbild und eine längere Laufzeit. Es handelt sich um einen sehr kompakten Lautsprecher mit gerade einmal 11 cm Höhe und einem Durchmesser von um die 9 cm. Mir gefällt der Klang dafür wirklich sehr gut. In der Preisklasse und bei dieser kleinen kompakten Größe mit einer der besten im Klang würde ich jetzt persönlich sagen. Mir gefällt er auf jeden Fall. Auch die Befestigungsschlaufe ist nicht selbstverständlich, aber extrem nützlich. Zudem ist der Lautsprecher auch noch wasserdicht. Ein optimaler Lautsprecher für den Urlaub oder beim Camping. Wer den Wonderboom 2 mit dem Vorgänger vergleichen will, der sollte einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und könnt selbst entscheiden. Das war ein weiterer Testbericht von mir für euch und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Produkt und zum Klangvergleich mit dem Vorgänger und zum Artikel findest du wie immer unter dem Video. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir.